Wenn wir so unterwegs waren, was hat der, ähm, Benji, der meinte so zu mir, der hat so Eis gegessen und er meinte so zu sich, oh, ich hab gekleckert auf meine Brüste und ich so zu dem, wenigstens hast du welche und du hast richtig gesehen in dem Kreis, wo wir standen, Maluna, Mango, drei Leute vom Red Bull Team, Marissa und ich, du hast richtig gesehen, manche wussten nicht, ob die lachen dürfen und ich war so, ihr dürft ruhig lachen, das ist kein Problem, ich hab den Witz doch gemacht.